Die Erde befindet sich in einer Krise. Es ist eine Krise, die wir nicht erwartet haben. Eine Krise, die wir nicht aufhalten können. Eine unbekannte Bedrohung aus dem Weltraum kommt bereits auf uns zu. Äussere kosmische Einwirkung verursacht Veränderungen im Inneren unseres Planeten. Der Kern spielt verrückt. Kataklysmen auf der Erde nehmen zu und wir sind völlig unvorbereitet. Die Welt ist gespalten. Die einen wollen konkurrieren, die anderen wollen kämpfen, wieder andere wollen fliehen. Aber niemand kann sich darauf einigen, was man tun soll, um eine heranrückende globale Katastrophe zu verhindern, die die gesamte Zivilisation zerstören könnte. Die einzige Möglichkeit, diese Bedrohung zu stoppen, besteht darin, die Kräfte der besten Wissenschaftler der Welt zu bündeln. Doch in einer Welt, die nur von Krieg und Macht beherrscht wird, ist dies unmöglich. Es gibt einen Plan A und einen Plan B. Aber beide Pläne sind riskant. Beide Pläne sind ungewiss. Beide Pläne erfordern einen Preis. Einen Preis, der unser Leben und das Schicksal der Menschheit für immer verändern wird. Nun ist es an der Zeit, diesen Preis zu zahlen. 2. Dezember, globale Krise, Verantwortung. Sehen Sie es auf creativesociety.com Jetzt sind Sie an der Reihe, aktiv zu werden.